Und wieder da. Ich musste kurz schneiden, weil er es gedeckt hat. Ey, ey, der schneidet mir voll die Kehle auf, alter. Lecken, ficken. Komm weg, 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 weg. Kann man nicht besiegen? Er ist unbesiegbar. Äh, gut bleiben. Und pam, toter weißer Bildschirm. You failed. Uh. Boah, voller Sklaventreiber, alter. Lauf. Einfach draufhalten, ey. Hahaha, fail, fail. Ich tanze auf deinem Körper. Achso, ich dachte, ich musste mir siegen, ey. Toll, jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin soll. Ähm. Hmm. I have no idea, I have no idea. Und ich habe keine Heilung mehr. Haha, wie geil. Also, er ist nicht wirklich geil, aber, naja. Was war denn hier in der Tür, oder ne? Ach, die Uhren. Ach, nee, die war. Was war denn hier? Hä? Hä? Achso, 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 achso. Hier war auch nichts wirklich richtiges, oder? Na ja, gehen wir wieder. Hinten war nur dieses, äh, dieser Raum, wo wir diesen Schlüssel bekommen haben. Oder war es ein Schlüssel? Keine Ahnung. Geh einfach mal raus. Zu dem, äh, Krankenhaus. Vielleicht sehen wir ja Nikolai oder, äh, Carlos oder so. Nikola, da ist ein kleiner Farb. Ach, spinnelecker, oder? Spinnelecker. Hä? Die ist gar keiner. Aber draußen regnet. Oder es war mein Radio, was gerauscht hat. Jetzt kommt Zombies. Oder Gegner, oder? Was ist denn hier los? Penis, oder was? Keiner da? Keiner da? Keiner da? Keiner da. Okay, gehen wir raus. Wenn keiner da ist, müssen wir das auslösen. Obwohl da eben ja noch Leute waren, die irgendwas gefressen haben. Aber hey, den weg einfach so. Es regnet. Ey. Ah, ich brauch mal einen Lockpick. Lockpick, genau. Lockpick. Ich hab mich selber getrefftet. Oh, jetzt bin ich I am Danger. Äh, nee, Caution. Ich brauch einen Lockpick. Ich brauch einen Lockpick. Toll, ich hab mich jetzt... Ich hab jetzt meine ganze Heilung versemmelt. Nur weil ich dachte, man muss einen Nemesis besiegen. Toll. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich aber weggelaufen. Also einfach so wusch, wusch. Auf, auf und davon und so. Ich könnte ja eigentlich das nochmal neu starten. Dann weglaufen. Aber naja. Ist nicht so mein, 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 mein Weg. Mein Ninja-Weg. Ich finde, dass das Sold-Rewel aber erstmal weg. Wieder. Also es war gut, ja, ja. Aber wir nehmen uns über Raketen mit Raketen. Aber Raketen haben wir auch übertrieben viel. Und, ja. Die sollten wir auch immer mal benutzen, wirklich. Also, hier war die Truhe. Genau. Die Mäcken haben wir auch noch. Nein. Picken. Genau so. Er muss mal lockpicken. Da ist der Lockpick. Ja. Aber da kommen jetzt noch Freeze-Granaten raus. Hey. Ja, ja. Ja, ja. Jö. So, die Freeze-Granaten tun wir jetzt erstmal wieder auf die Truhe. Wenn wir Nemesis besiegt, mir gegnern holen wir uns die Freeze-Granaten. Ganz easy peasy. Wir nehmen uns Raketen herfalls als Standard-Waffe hier, ey. Wenn ich sterbe, werde ich einfach vorspielen, bis ich hier bin. Aber ich werde nicht gegen Nemesis kämpfen, dann. Wird auch voll die Verschwendung der Folgen geben und so. Ich werde aber nicht sterben. Haha, ich bin viel zu gut, ey. Ich kann nicht einfach sterben hier, kurz vorm Spielende. Denke ich mal, weil alles dahin zudeutet, hindeutet. Zudeutet, was ist das für ein Deutsch, ey? Lalalala, lalalala, lalalala. So, danke, bitteschön. Bitte, danke schön. Ich frage mich, was aus dem Mann geworden ist, der im Bunker war am Anfang gespielt, in diesem komischen Ding. Loll, was war gerade ein Leck, oder? Ich hoffe nicht. Äh, da ist die Türe. Türe. T-U-R-E-E. Keine neuen Zombies. Ich hab die meisten voll gerüstet, und mich selber auch. Ja gut, der lebt ja auch, okay. Jupp. Lockpick, weil er stand nämlich am Anfang, wo wir mit Carlos da waren, da ist ein einfaches Schloss an dieses Tür. Und deswegen kann man einfach mit dem Dietrich aufmachen. Speicherraum. Kann es auch anders sein. Oh, das ist ein Foto. Ich bin von Nemesis. Foto E. Die Zombies sind attacken. Äh, attacken. Attacken. Mann, bläh. Attacken, war. Attacken. Attacken 5. Oh, da leuchtet was. It seems to be broken. To be broken. Was ist denn das? Äh, Park Key. Park Schlüssel. Ja, ey, ich will nicht in den Park oder so. Voll so dunkel, so Bäume und so. Ja, nehm ich mit. Noch irgendwas hier? Äh, so. Jetzt nehmen wir uns eine Farbbande aus dieser Truhe raus. Und ich weiß, ob wir anderen Speicherplatz sind. Einfach nur so. Sicherheit. Weil wenn ich nämlich dann irgendwann sterben sollte, und ich keine Munition mehr hab und so alles. Äh, kein Leben mehr hab. Wo ist denn mein Farbband hin? Ach doch. Dann werde ich einfach mal laden auf das andere Speicherplatz. Auf der, oh, auf den anderen Speicherplatz. So. Du kannst deinen Prozess abschalten. Ja, yes, Mann. Yes, Mann. Yes, Mann. No data. Da speichern wir. Parag. 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 Oh, da liegen Granaten schon wieder. Loll. Ich hab nicht gesehen. I don't carry anymore Grenade-Rones. Because I'm a shitty shit shit shit. Und dann tun wir unsere Pump-Gammer hier raus. So, wir haben ja Lockpick, können wir auch erstmal raus tun. So, jetzt haben wir schon, glaube ich, genug Slotplätze frei für eine Grenade-Rounds. Anneliese Popisch. Boah, 76 Schuss, ey. Wie passen 76 Schuss, oder 76 Schuss in der Basuka rein? Und Granatenwerfer, Granatenwerfer. I think it's impossible. But, Resident Evil ignore it. Alter, mach mich nicht müthin! Ach, f***. Mütin! Äh, süß. Ich hab's mal gesehen, wie stark ich bin. Ey, du, geh mal aus dem Weg. Sonst gibt es... Ragu! Zombie-Ragu, alter. Hey, wie du lebst noch, lol. Raccoon Park. Ich will da nicht rein, ich will da nicht rein, ich will da nicht rein. Ja. Hallo, warum muss ich in einen Park rein? Oh, Parking Street. Wir gehen uns eine Tür durch. Wah, Hunter! Jill, du kennst diese Hunter noch, wa? Ja, nur ein bisschen degeneriert sind die Hauses. Weg, 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 bevor die uns köpfen. Ihr könnt die Treppe nicht hoch, ihr könnt die Treppe nicht hoch. ihr müsst x drücken, ihr müsst x drücken, ihr müsst x drücken, ihr müsst x drücken, ihr müsst x drücken ja ich denke mal hier sind keine, doch ich hoffe mal hier sind keine Hunter jetzt komme ich aus dem Wasser so, guck mal ich bin doch da ich wusste es alter, ah der ist diese komischen Frösche oh, hat er mich getrefftet quak, 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 quak ja ausgerechnet, 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 lauf, 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 chill, musst du irgendwie laufen können ja, weich genau aus, weich aus, nein piss dich man toll, jetzt bin ich hier voll am krüppeln, alter, wegen euch drecks füchern, ey ajo, da ist er piss dich, alter noch einer das ist in der Hand, gib mir das, Kräuter schade er, hier ist holding ach so Mission Neue Reckermanns, Bribal 16, obtain and secure, sample of all the information pertaining or the same as you are check the guinea pigs äh 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 okay, soll die Meerschweinchen prüfen okay, soll die Meerschweinchen prüfen I have a key aah I have a key I have a key I have a key aber warum 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 hier ist ein bisschen zu schnell für meinen geschmack das noch im boden kriechen ja ich wusste dass man die mit raketen f1 hätte jetzt das gewusst hätte schon von anderen geballert wie so ein hörer jetzt kommen die kauquappen daraus das guck mal vor dem popo der andere kommen her so jetzt kann ich hier in ruhe laufen koppel mal nicht ich muss im graveyard wo ist das friedhof wo ist der friedhof das sind so enten oder so die machen auch nur die hunter die sind noch viel gelenkischer sie machen so voll den spagat in der luft und dann drehen sich noch einmal machen 50 saltos ein rückwärtsalte und dann können die mich ich habe gesehen du ich habe gesehen du ich kann dich hören ich kann dich hören du du bist noch da ich weiß ich habe schütte ich habe ich habe Angst zu gehen zu diesen monstern wo seid ihr p***er monster nur weil ich eine waffe habe habt ihr Angst oder was wo seid ihr ich höre euch doch i can still hear you kommt her wo ist der andere im wasser irgendwo muss der sein da im wasser denke ich seht ihr den da oben seht ihr den das rote da also ich sehe es das ist direkt da wo ich jetzt hingehe da an diesem an diesem ding hier hier oben da ist der kann doch hoch springen oder boah ich habe gedacht der läuft irgendwo anders denn ey komm doch komm da raus komm da raus bleib da bleib da bleib da ich wusste es ey naja ich werde die aufnahme jetzt mal beenden es sind zwar eine folge zwei folgen egal oder eine folge denke ich mal aber ich habe noch castlevania auf jeden fall werde ich jetzt das an den anderen spielstand spielen und diesmal mit diesen flaschen die man dazu trinkt ne äh es spielte mal ne also dann würde ich sagen bis zum nächsten mal euer säcki ja mit dem coolen bildschirm Untertitelung des ZDF, 2020